Der Wagen Arsch, Mann. Die Cops haben Schiss. Und wir, wir fahren mitten rein und holen die Kohlen aus dem Feuer. Das schaffen wir mit Links. Was, Wrecker? Ich könnte eine Tasse Kaffee vertragen. Hey, du hast motorisierte Infaltriegel. Bestanden. Ich glaub, die Arschgesichter starren mich an. Da halte ich unauffällig. Unauffällig? Hörst du das, Wreck? Seh ich etwa aus wie ein Chinesepack? Kann jemand das Gebäude sehen? Wenn du mir nicht sagst, wo es lang geht, kommen wir nirgendwo. Okay. Mach nix. Wir müssen nach links. Vorsicht! Guckt doch gut aus. Ich seh das Gebäude. Welche Etage müssen wir? Und von wie vielen VIPs hat Garrison gesprochen? Drei mit Kovic? Kovic und zwei Einheimischen. Oh, Mann. Hey, ganz ruhig. Locker bleiben. Wir müssen nach links. Das Gebäude ist links. Oh, shit. Wir sitzen fest. Wir müssen raus aus der Karre und dann zu Fuß weiter gehen. Verstanden. Komm schon, Wreck. Oh, Mann. Der Wagen. Let's go, komm. Ist geil gemacht hier. Erreiche das Hotel. Verschlossen. Wreck. Lass mich mal. Geht's noch ein bisschen schneller? Was machen wir jetzt? Zu Fuß gehen ist eine Sache. In den Diaries verschwindet eine ganz andere. Locker, Penn. Wir kriegen sie zur Valkyrie. Überlass das mir. Da oben. Da haben wir eine Besse oder irgendwas. Nein. Der Heli bedeutet nichts Gutes. Der Heli bedeutet wirklich nichts Gutes. Scheiße. Es ist zum Zweifel. Die Chinesischen Spack-Ups war nicht die Rede. Wir müssen da rüber. Geil, Mann. Rund, Hand hoch. Wreck. Lass uns das leise durchziehen. Tolle Atmosphäre hier. Ja, komm, dann lass durchgehen, doch. Ziggur. Jalla. Wo sind die anderen? Ich glaube, die laufen außerhalb. Oh, Mann. Los, wir, Vodress. Kondelang. Starke chinesische Kräfte in den Zielbereich. Break. Offenbar Speck-Ups. Mannstärke derzeit noch unbekannt. Oh, Mann. Verstappen. Anwält nach Bedarf und holt sich schneller raus. Over. Verstappen. Hier, endlich. Wunderschöne. Erreich die VIPs. Was ist denn hier geplatzt? Das ist eine Klübchen oder was? Ja, okay. Komm schon, Räcker. Mal sehen, was wir haben. Hier, nimm. Sieht gut aus. UMP 45. Waffen sammeln. Sämtliche Waffen, die du erhältst, werden in der Waffenkiste gelagert. Du kannst bei jeder Waffenkiste im Spiel auf all deine Waffen zugreifen. Was ist das denn? Wasserpistolen? Bring uns zum Hotel. Find ich nicht. Die VIP sind ganz oben, genau wie die Aussichtsbar. Das klingt doch gut. Die Aussichtsbar ist immer auf dem Dach. Du solltest echt ganz frauern. Ja, ich weiß. Das ist nur... Mach die Scheiß-Tür zu! Die Warriors los! Eier! Nein, gut, nein, gut, nein, gut! Zeit für die Tage! Wann dann! Ich schlag uns durch! Oh boy. Haben wir was? Ich will einfach nur ein Sturmgewehr haben. Mehr brauche ich nicht. Sekundärwaffe. Nehmen wir das Sturmgewehr. Mehr brauche ich nicht. Okay, komm, lass es durchgehen. Lass es direkt durchziehen hier. Was geht ab? Ich will das oben rechts entfernen. Battle-Lock. Aber naja. Komm, zieh mir gerade aus. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Die haben mich doch schon bemerkt. Hätten die nicht Sturm erledigen können? Ich will die Kranach zurückwerfen. Geht leider. Das ist wirklich nicht. Let's go, komm. Ist geil, wie hier auch alles zerfetzt werden kann. So nice. Okay, ich schieße her. Ich wollte den eigentlich angreifen, aber irgendwer hat das nicht getan. Ich gehe in die Treppe hoch. Gebt mir Rückendeckung. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr gehabt. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, okay. Jetzt haben wir ein bisschen Faxen gemacht. Jetzt schießen wir uns mal durch. Hey, Frank, seht euch das an. Womit rechnen die denn? Bestätigt, Feuerschutz. Kontakt, Treppe. Bestätigt, Feuerschutz. Jungs, ich kümmere mich um alles. Lass mal deinen Lauf kühlen. So kann man es auch machen. Wart mal. Achtung, ich bin weit hoch. Wir sterben aus. Feuer. Ich bin bereit. Es gibt bereit. Es gibt bereit. Körger! Können wir mit! Haben wir Dado? Haben wir nochmal? Leckungsfeuer! Ja! Was schreibst du bald einmal? Finde nach BF3 haben die das Spiel kaputt gemacht. Das sehen wir jetzt also. Die Zocker ist BF4. Ich hab die Kampagne noch nie gespielt. Ich bin ja auch nur Kampagnenzocker. Multiplayer ist nicht mein Ding. Bin ich zu schlecht. Aber ich fand Battlefield V auch nice. Also zumindest die Kampagne. Wie gesagt, ich kann nur Kampagnen beurteilen. Wer ist denn da noch? Warte mal. Wer ist denn da noch? Warte mal. Grafik ist nice, ja? Ja, ich schätze schon. Kommt schon, auf in die VIP-Lounge. Auf eine VIP-Lounge hätte ich auch Bock. Ja, du hast recht, Waldemar. Warum gibt's in Battlefield 2042 keine Kampagne? Fand ich echt schade. Scheiße. Das ist nicht gut. Er fliegt zum Dach! Besonders wegen dem Jahr 2042. Hätten die wirklich was geiles draus machen können. Hast du Claymore dabei, Rack? Ich... Keine Ahnung. Hatte ich Claymore? Geht in Position! Gegner! Auf dem Balkon! Oh boy! Wie lange brauchst du doch packen? Viere! Bleib z accessed! Achtung! Löcher! Was ist denn mit dem Kampagne? Da kamen einige noch jetzt. Die kommen alle hoch, die kommen hoch! Was machen wir mit dem Heli? Scheibe! Hat nicht gesehen. Da kommen wirklich immer mehr! Heck, beeil dich! Der Irish hat ja einfach vorbeigehen lassen. Wie lange brauchst du noch, Pack? Irish, was geht bei dir? Was machst du da hinten? Komm mal her! Du greifst die anderen ja gar nicht mal an! Jetzt haben wir wenigstens wieder Muni! Halt dich! Alles okay? Ich hör wieder was! Da kommen die doch wieder her! Was hast du bei meiner Mama gesagt?! Der lässt sich auch vorbeilaufen! Auch wenn ich auf RB drücke, um die anzuvisieren, schießen die eh nicht. Warte, ich hole noch schnell Muni! Oh, Kinderspiel! Jaja, Kinderspiel nach 10 Minuten! Das klappt nur nach 15! Genau hier müsste eine Treppe sein! Genau hier müsste eine Treppe sein! Verstanden! Sweeten! Oberster Stock! Hier lang! Ist es allem gut? Ist es okay, Rick? Wo sind wir? 40. Stock? 40. Stock! Der nächste ist unserer! 41. Wir treffen Kovic und die VIPs in Suite 38! Das Bild hat mich gestört! 41. Stock! Alle bereit? Geht so! Seid ihr bereit? Musst mal das neue COD ausprobieren! Ist auch mega geil! Ja! Peile ich auf jeden Fall noch! Geil! Die Musik im Hintergrund! 38! Oh nein! Das ist unser Zimmer! Ach du Scheiße! Meine Fresse! Da drin lebt keiner mehr! Und jetzt? Ihr seid spät dran! Es dauert halt, sich durch einen Suchtrupp zu schießen, der das Gebäude durchkämmt! Warum hab ich wohl den Raum gewechselt, den du rumlaufen kannst? Wofür brauchst du uns dann, Kovic? Über den Gang kommt man leichter als über die Straße! Rein hier! Komm schon, Rekka! Wo ist der Wagen? Wagen? Hier können ich auf die Straße, überall ist das Militär! Oh, das ist ja großartig! Wer sind die VIPs? Sehr wichtige Leute, eine wichtige Frau und ihr Mann! Wir holen sie an einem Stück raus! Mehr müsst ihr nicht wissen! Ich bin Hannah, das ist mein Mann! Danke fürs Kommen! Entschuldigung Sir! Verzeihung nennen! Verstehen Sie mich? Geht es Ihnen gut? Können Sie gehen? Mein Mann ist verletzt! Er braucht Ruhe! Negativ! Keine Zeit zum Ausruhen! Ich hab Helis auf dem Dach gesehen! Wir müssen jetzt los! Dann gehen wir rauf! Was? Ob's dir gefällt oder nicht, ich flieg das Ding! Das ist der Plan! Oder hast du einen anderen Vorschlagsart? Ach, glaub wir jetzt Helis! Sind Sie fertig? Mein Mann muss versorgt werden! All diese Gewalt! Wo führt das hin, Sergeant? Das ist nicht, was ich... Danke fürs Kommen, Sergeant! Ich bin sehr dankbar für die Hilfe! Gänsehaut! Los geht's jetzt! Kommt! Kommt! Los! Ich vertraue den beiden nicht! Los! Ich vertraue den beiden nicht! Köpfe runter, zusammenbleiben! Vorwärts, Wraker! Covid vertraue ich auch nicht! Irgendwas ist hier faul, man! Irgendwas ist hier doch faul! Und ich wohl... Ich kann auch nicht auf die Beinen schießen! Hehehehe! Ha! Wenn das nicht klappt, sind wir am Arsch! Wir haben keine andere Wahl! Hier, sichert den Weg! Sir, Leve, sie schaffen wir! Alles klar, wir gehen rauf! Wo ist echt recht? Ich sehe den Hoekschauber. Ich versuche mal den Typen hier zu nehmen. Warum schreit ihr so laut? Ja, die haben geschrien! Oh! Weg, 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 weg! Ich kann nichts sehen! Ich krieg diese Wichser nicht ins Visier! Das sind ja Gegner, ich hab gar nichts gesehen! Vielen Dank, Godsliver! Danke, 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 vielen Dank! Applaus geht raus! Vielen Dank! Vorsicht, Wreck! Danke, danke, danke! Ich guck mal, ob wir die langsam auseinandernehmen. Gehen wir langsamer ran! Das hat mich schon gesehen, oder? Der hat mich nicht gesehen! Da noch Bonn! Mit der Faust! Ja, ich glaub, die bemerken mich gerade! Ja, okay! Oh, diese Blendgranate ist echt unangenehm! Versteck dich hinter den Kartons! Was? Das hat sich doch das Kreuzband gerissen gleich, ne? Oh! Ich kann nichts sehen! Was für vorwärts! Das sind doch Gegner, man! Oh! Oh! Ja, Freunde! Das ist Battlefield 4! Oh, Mann! Diese Granate wegwerfen, das zurückwerfen, das haben die das nicht im Spiel integriert! Damals gab's das schon, das weiß ich nicht! Ich geh, ich geh hin, ich geh hin! Oh! Oh! Ist der okay? Du bist los! Du bist los! Ich bin bei dir! Das war ne Scheiße, die Komi! Leck mich! Diese verdammten Blend-Kranaten! Zur Seite! Ah, jetzt haben die mich erwischt! Ist geil gerade, die Kampagne ist geil! Spannend! Das war ne Scheiße, die Komi! Leck mich! Wie der das sagt! Ja, aber ich bin gleich selbst tot! Ich kann nichts sehen, man! Krass! Das ist gar nicht so leicht! Ich bin auf Schwierigkeitsgrad normal! Was los! Ich visier gleich die Leute hier an! Mann, Mann, Mann! Ist der okay? Wir müssen los! Los, richtig rein! Wir sind bei dir! Das war ne Scheiße, die Komi! Leck mich! Leck mich! Feuer! Leck mich! Leck mich! Leck mich! Leck mich! Lecker rein! Ich komme von hinten! Warte, hier Munition! Ich höre noch ein paar chinesische Stimmen. Ich finde es bis jetzt richtig geil, Battlefield, der vierte Teil, ein bisschen moderne Setting. Ich mag es, wenn es ein moderne Setting hat. Deswegen wäre es geil gewesen, wenn 2042 eine Kampagne hätte. Der Heli ist auf jeden Fall weg. Sind die mit dem Typen gegangen? Vielleicht hat er ja überlebt. Mich interessiert gerade seine Story. Bitte nichts spoilern, ja, nur zu ihm. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Irgendwo muss noch einer sein, damit die Story getriggert wird, damit es weitergeht. Ich muss mal schauen. Irgendwo ist da noch jemand. Gehen wir mal zu den Jungs, vielleicht geht eine Story weiter. Ja, da ist noch einer. Irgendwo ist noch einer. Das muss irgendwie getriggert werden, damit es weitergeht. Wofür steckst du dich? Jo, Freethug. Was, ein Elm wie ein Löwe. Ich glaube, das war ironisch gemacht, oder? Suchen wir mal. Wo ist denn der? Hier ist doch noch was, Mann. Ey, das schlaucht mich gerade. Upsala. Was habe ich jetzt getan? Ups. Äh. Was geht ab? Ja, ich spiele weiter. Scheiß Kriegsrecht für eine Milliarde Menschen. Sie sind wegen Jean-Jays Ermordung angepisst. Wer war das, Herr? Er kandidierte für die Präsidentschaft. Das habe ich doch schon gesehen. Hä, was ist hier gerade los? Los, 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 los. Alter, was für ein Käse, Mann. Das hängt hier total. Du bleib hier vor. Ist der okay? Wir müssen los. Stehen dort, Scheu. Alter. Wir beide. Darf ich jetzt das noch mal machen? Ist das nicht viel? Das sind jetzt zwei Minuten Aufwand, aber... Alter, Schwede. Das Spiel hat diese komischen Online-Bugs wegen diesem Battle-Lock, Mann. Wieso habe ich auf A gedrückt? Los, los. Los! 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 Die Dokueñ Aww-Ner. Los! El, los! Los! Los. Werfst du ne Granate? Werfst du ne Granate? Ah, Scheibengleister. Musst runter in den roten Raum, okay, alles klar. Das war ne Scheiße, die kam ich. Alles klar, Rekker. Ich schieße ihn. Ich schieße ihn. Keine Fertig. Das war's. Das ist ein guter Leben. Der ist der Fall. Das ist das Problem. Was geht ab Thomas? King! King, Thomas! King, Nikolas! Ja, das war eine blöde Idee, weil wir jetzt hier auch das alles noch mal spielen müssen. Ich freue mich, die alle schon besiegt hatten. Die mit ihren blöden Granaten, ich werfe jetzt aufwäntchen. Ah, eff die Hände. Was geht ab Rambo? John Rambo. Los, los, los! Piper! 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 Hilfe! Hilfe! Ist okay! Du bist los! Los! Hilf dich mal! Wir beide! Das war eine Scheiße, die Comics! Nichts! 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 Alles klar! Ich kann mich hier vers... ich kann... ich kann keinen Schutz suchen. Ich geh hier durch die Seite, das gibt also meine Freunde. Was geht ab? Freunde, tippt doch mal auf, tippt doch mal auf, lasst mal ein paar Likes da. Ich bin hier gerade mit dem Messer unterwegs. Ah Mann. Ne Freakill, wir spielen Battlefield 4. Los, 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 los. Los, los, los. Wie ein Pippern. Ist der okay? Wir müssen los. Los, hilf dich vorbei. Ich bin bei dir. Das war eine scheiße Idee, Kovic. Legg mich. Legg. Legg mich. Ich geh nochmal über die Seite. Komm mit der Granat, Mann. Komm, geh wieder zurück. Ich könnte eigentlich ein Scharpfelsgewehr auch rausholen. Ne? Das kommt doch mal mit ihren Granat, Mann. Gdock gang. Ne was was ist denn? Lecksστεh. Ja, keine buttestehe. Ne, kein Rückzug. Kein Rückzug, kein Aufgeben. Ich höre auf jeden Fall noch Schüsse. Oh, ich höre noch ein paar Chinesen. Ach, da ist ja noch einer. Bye, bye. Da war zwar nah dran, aber na gut. Eie, er leckt mich doch, Alter. Nimm mir direkt das Scharfschutzgewehr. Das war ne Scheiße dir, Kovic. BLECHFISH! Schau, schau, schau! Was geht ab, Dustin? Oh, ich sah mir die Granaten, Mann. Ich hab's eben erst gesehen. Ich stehe ihn heilen. Was soll ich machen? Ich sterbe gerade. Ich kann noch gar nichts mehr sehen. Ich muss da weg. So ist er nicht gestorben. Leco mio. Ja, guuut. Könnte mein Aim sein. Wart mal erst mal an. Ich denk immer direkt über den roten Pfeil, oder? Aber irgendwie... Wart mal auf Spine. Wart mal auf Spine. Wart mal erst mal an. Wart mal erst mal an. Wart mal erst mal an. Wart mal erst mal. Jetzt läuft's irgendwie, ne? Zeig dich. Ja Leute, das ist Battlefield 4, Kampagne. Gehen wir jetzt weiter? Da haben noch paar nicht aufgegeben, da sind noch paar unterwegs hier. Hey! Das war fies. Dach ist gesichert, das wollte ich hören, jetzt kommen wir endlich weiter. Ach! Erreicht das Flussufer. Los! Lass uns hier verschwinden! Ja lass sie abhauen man, weg hier! Leck mich am Arsch! Das ist ein scheiß guter Song! Süß! So weit so gut! Ich geh vor! Auf geht's Wrecker! Ich komm gleich! Wo seid ihr denn? Was? Was ist das was ich glaube? Genau meine Krackweite! Watch this here, Tombstone 4, letzte Meldung wiederholen! Wiederholen! Können aktuelle Positionen nicht halten! Wir haben 30 Minuten für die Rückkehr zum Schiff! Fortschritt auf! Fortschritt ist Offer! Hubschrauber über den Platz! Schnellst ist die Hauptstraße! Richtung Osten! Okay, wenn da ne Waffenkiste ist, heißt das, dass es gleich abgeht. Aber ich seh schon jemanden. Geht der weg? Ich glaub, der ist weg, oder? Ich warte auf euer Kommando, Jungs. Ich hab mich auch mal überrascht, überrascht eben. Haben die das bemerkt? Ja, 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 die sind in Kampfstellung. Ich hab's gemerkt, ich hab jetzt zurückgeschossen. Ich bin bereit. Ich auch. Ich steck mich nicht an. Ich häng' in den Pflanzenfest, Jungs. Ich bin bereit. Entschuldigung! Entschuldigung! Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ad estimates. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wie viel haben wir denn da? Nein, jetzt kommt die wieder mit diesen blöden Granaten an. Sind da noch welche? Zumindest draußen, aber drinnen nicht. Ey, wo ist er denn? Vielleicht stecken die sich da hinten, die machen gar nichts, man. Die reden nur. Aber dieser Heli ist aber auch schon... Weg, weg, weg. Ah! Millie! Du hast recht. Die 1.30 Stunden ist durchfluss. Verstanden? Komm schon hier. Ist das, was ich glaube? Amelie, 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 Amelie. Okay, komm. Fortress jetzt Hubschrauber 4. Letzte Meldung wiederholen. Wiederholen. Können aktuelle Position nicht halten. Wir haben 30 Minuten für die Rückkehr zum Schiff. Fortress over. Hubschrauber über den Platz. Am schnellsten ist die Hauptstraße. Richtung Osten. Am besten die ganzen Leute hier in diesem Heli da zu stören. Der soll sich endlich verziehen. Wir müssen da rüber. Wir müssen da rüber. Probieren wir es einfach mal aus. Ich dachte, ich kann den Piloten da erledigen. Die blöden Granaten, Mann, die machen mir echt das Leben schützt. Weil ich auch nicht zurückwerfen kann. Er lebt ja noch, Mann. Er hat noch eine Granate gemacht, bevor er gestorben ist. Ich bin gerade dabei und ihr dürft nicht ganz einfach rumstehen. in Deckung. Ja, Mann, genau in schwarze. Was, ja keine Ahnung. Weg, 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 weg. Erledigt Jetzt sind wir live Deswegen habe ich auch geschrieben Da sieht man Okay, die beiden gehen vor Dann heißt es Ist aber geil gemacht Sieht geil designt aus Das ist die Hauptstraße Weiter nach links Wuhu Das kommt an mir Mit so einem riesen Rohr Ich würde da gerne eine Banane reinstecken Dann passiert ja nichts Oder eine Granate Kann ich eine Granate reinwerfen? Nein, was ist schon einfach? Jetzt kommt dieser komische Panzer Mit seinen Mit seinen Geschossen hier Hier, oder was? Was ist mein, da mit rüberlaufen? Wir sind überall Gegner Jetzt kommt gleich der Panzer Kommt Jums Kato Jungs Kato Los Jungs Kato Ja Schnej lock Schnell . Ich bin bereit zum Angriffen. Wo geht es weiter, Jungs? Wohin geht ihr? Warte mal. Haben wir es geschafft? Wir haben ihn wohl abgehängt. Das ist geil hier. Das ist richtig geil gemacht. Wir sind fast am Fürst, oder? Das ist dein Kriegsgebiet. Was zur Hölle ist da hinten los? Kommt schon. Verdammt, Mann. Das ist ja der reisende Bürgerkrieg. Kannst du laut sagen? Alles wird gut, Leute. Alles wird gut. Wir sind hier, um zu helfen. Wir drehen ja alle durch. Wem sagst du das? Danke. Kommt hier rein. Bitte helft uns. Wir brauchen Hilfe, um zum Schluss zu kommen. Wir spielen bloß keine Spielchen mit mir, Großer. Wir werden sehen, ob wir Freunde sind. Wir werden uns nichts tun. Wie geht's? Nie, Homer? Na, Susanne. Passt doch auf. Weg vom Fenster. Das ist gefährlich. Haltet euch vom Fenster fern. Wir wollen zum Fluss, aber Chang hat Panzer. Niemand kommt in die Stadt rein oder raus. Wir müssen zum Fluss. Gibt's hier Panzerabwehrraketen? Da ist eine. Wir wehren uns aber. Changs Truppen sind zu stark. Wir hängen fest und brauchen eure Hilfe. Bleib hier und schütz dein Kind. Los, Riker, Bewegung. Und, wie geht's eigentlich so? Alles klar? Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mir vielleicht ein Cappuccino machen? Nein? Okay. Wir brauchen einen Sprengstoff gegen die Panzerruhe. Geh mal vor, Pack. Nein, es ist Irish. Nimm das Sichtgericht. Suche etwas, das wir nutzen können. Wie sind wir in der Zeit? Nicht gut, glaube ich. Wir erledigen ihn und sehen zu, dass wir auf dem Fluss aus der Stadt rauskommen. Der patrouillierende Panzer ist uns im Weg. Wir sollten uns das mal von oben ansehen. Was ist mit dem, wir beide? Nice. Nices Design. Geile Skyline. Wunderbordschirm zum Skyline. So, jedenfalls werden wir gerade gesehen. Da ist der Panzer. Verdammt. Verdammt. Oh, boy. Was sollen wir machen? Zerstören den Panzer hier. Aber wie denn? Einfach draufschießen da raus. Ich kann doch nicht einfach so auf den Panzer schießen. Das nützt gar nichts. Ja, Minen könnte ich gebrauchen. C4-Sprengstoffe. C4-Sprengstoffe. Komm, wir machen das so. Ich packe das C4 auf den Panzer. Das ist aber schnell, Mann. Ah, ha, 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 ha. Irgendwie müssen wir in den Panzer. Wir brauchen Sprengstoff gegen die Panzerung. Hey, wo ist denn der hin? Der ist einfach durch die Wand. Upsala. Das war gar keine Absicht. Hey, wo ist denn das? Das ist voll mischeinig. Das ist voll mischeinig. Sprengstoff. Eine Sprengladung. Mit LT platzieren. Okay. Da ist der Panzer. Wow, ich bin direkt. Ey, aber das war eine gute Idee. Das funktioniert so. Platzieren. Und abhauen. Wir brauchen Sprengstoff gegen die Panzerung. Ich versorge uns zum Sprengstoff. Wie sind wir in der Zeit? Nicht gut, glaube ich. Wir erledigen nicht. Der patrouillierende Panzer ist uns bewegen. Genau, habt ihr was nützliches drin ist. Wir brauchen Feuerkraft. Ja, bin dabei. Ich freue mich schon drauf, das zu Sprengen hier. Wo ist denn der? Leiser. Hat er mich schon wahrgenommen? Ich gehe mich von hinten ran. Was seid ihr, Jungs? Noch ein Panzer. Ich brauche noch mehr Sprengstoff. Ah, hier. Ich muss auf links drücken. Da ist der Panzer. Ja, ja, ich habe schon meinen Sprengstoff. Geh mir nochmal von hinten ran. Ich steig in das Boot. Nein. Nichts. Alles klar. Wir liegen in der Zeit. Schlecht. Wir müssen rennen. Sofort. Der Hafen ist gleich nach oben. Los, wir müssen Wurzel tauchen. Hey, wir haben hier Zivilisten. Bitte. Was sagt er? Ich glaube, sie helfen uns. Oder sie sind gegen uns. Nach der Wrecker. Immer nach mir. Mir geht's auch gut. Danke. Fortress, hier ist Tombstone 4. Willkommen in einem zivilen Boot. Over. Hier, Fortress. Okay, beeilung. Die alte Rostschüssel ist nicht gerade im Speedboat. Over. Hier ist Fortress. Steht ihr unter Beschuss, Tombstone? Ich wiederhole, Tombstone. Steht ihr unter Beschuss? Gebt mir einen Lagewellen. Das war aus dem EAP-Schlag. Keine Sorge. Der zerstört Elektronik. Keine Menschen. Wir müssen mit Leuten hier heraus und in Sicherheit bringen. Fortress, hier ist Tombstone. Komm. Scheiße. Alles tot. Sie mal die Bote. Die ganzen Leute, die setzen auf den Präsentierteller. Folgt uns! Folgt uns, wir bringen euch in Sicherheit! Irish, was machst du denn? Wir können sie nicht einfach hier lassen packen. Folgt uns, wir bringen uns zu USS Mercury! Bist du nicht ganz dicht, Irish? Bin völlig klar im Kopf. Folgt uns! Ihr müsst uns folgen! Wir bringen euch in Sicherheit! Los! Fortress, hier ist Tombstone. Komm und over. Gens out. Fortress, hier ist Tombstone. Komm und over. Ist der gerade ins Wasser gesprungen? Ist der gerade ins Wasser gesprungen?